Papierkram und Büroarbeit sind nicht gerade meine Leidenschaft. Aber in einer gut geführten Praxis gehört auch das zur Tagesordnung. Häufig kommen nebenbei noch Telefonate rein, hier eine Absage, da eine Terminverschiebung und zwischendurch immer die Überlegung, wo notiere ich das alles? Zudem können meine schnell gekritzelten Notizen sowieso nur die wenigsten lesen. Am Ende ist mein Schreibtisch häufig unter einem Berg Papier verschwunden und keiner meiner Therapeuten weiß so genau, was ich ihnen mit meinen Notizen sagen wollte. Doch auch dafür hat Buchner eine einfache Lösung. Die bunten Haftnotizen. Sie bringen schnell Ordnung in mein Chaos. Einfach Haftnotiz auf die jeweilige Patientenkartei kleben und schon weiß jeder, was hier noch zu tun ist. Dank der Signalfarben werden sie nicht übersehen. In der Praxis kommt es häufig vor, dass eine Verordnung noch zur Genehmigung eingereicht werden muss. Dank Buchner schreibe ich nicht hundertmal den gleichen Zettel, sondern klebe einfach die Haftnotiz auf die jeweilige Verordnung. Mit der Haftnotiz zur Terminänderung notiere ich kurz die gewünschte Änderung und meine Therapeuten geben diese beim nächsten Behandlungstermin direkt an den Patienten weiter. Ab sofort vergisst hier auch keiner mehr den Patienten nach seiner Zuzahlung zu fragen. Die leuchtend orangen Zettelchen auf der Karteikarte sind einfach nicht zu übersehen. Nun habe ich endlich mehr Zeit, weil meine Therapeuten dank der Haftnotizen immer genau wissen, was sie zu tun haben. Wenn auch du mal so gemütlich deine Pause genießen möchtest, dann bestell diese kleinen fröhlichen Praxishelfer einfach hier direkt im Buchner Shop. Jetzt entspannt bestellen und den Kaffee in der Sonne genießen. Hier klicken. Musik 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 Musik